Ich wünsch mir ne fette Nutte. Ich wünsch mir ne fette Nutte. Ich wünsch mir ne fette Nutte. Hä? Was war das denn schon wieder? Ring, 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 ring. Ähm, ja? Es ist Zeit. Aber ich hab nur die Geschenke verteidigt und ich dachte, jetzt ist alles gut. Sie ist die Richtige? Es ist nichts passiert. Ich habe kein Zimmer-Serv... Ja, komm mal mit, ne? Ist besser. Was ist hier los? Ja, ist Zeit, ne? Musst mitkommen. Der Margarinemann? Aber ich dachte, der wäre nur... Der wäre nur was? Eine Fantasie der Kinder, oder was? Lächerlich. Sie haben doch in den Koffer geschaut. Sie müssen verstehen. Ja, aber woher? Ja, muss man zuhören, ne? Besser aufpassen im Nächsten. Es wird alles einen Sinn ergeben. Vertrauen Sie mir... Ich fette doch, aber nicht feststehe, ob... Sie ist die Richtige? Ja, erinnerst du dich an diesen Ort hier? Die Nacht verfolgt mich diese Straße in meinen Albträumen. Weil du es nicht verstehst. Was nicht verstehe? Ja, es beginnt, wie es endet, ne? Zeit ist irrelevant. Was? Ja, der 13. Buchstabe im Alphabet, ne? Welcher ist das? Ein M. Ja, korrekt, ne? Aber das heißt, ja... Ja, auch korrekt, ne? Welches ist der 14. Buchstabe? Ah, jetzt versteht er endlich. Oh mein Gott. Hey, Mann, ich hab nichts verstanden, ey. Was haben wir uns da wieder für ne Seißhahn geschaut, ey? Ey, das Programm verkommt immer mehr zu totalem Schwachsinn. Ey, das hättest du mir lieber im Unboxing-Video reingezogen. Ganz ehrlich. Auf jeden, Alter. Das war der übelste Müll. Ey, so ein Schwachsinn. Was soll da schon passieren? So ein Schwachsinn.